Fabian, du als Experte zum Thema Lernen, wenn du ein Fachbuch liest und dich in sechs Monaten noch richtig gut an die Inhalte erinnern möchtest, wie gehst du vor? Diese Frage hat mir eine Seminarteilnehmerin gestellt und heute verrate ich dir die Antwort. Ganz kurz zu mir, ich bin Fabian Grollimund, Psychologe, Lerncoach, gemeinsam mit Stefanie Rietzler habe ich mehrere Bücher zum Thema Lernen geschrieben. Und falls du diesen Kanal noch nicht kennst oder nicht abonniert hast, dann drück doch kurz auf Abonnieren und die Glocke, dann wirst du informiert, wenn neue Videos zum Thema Lernen erscheinen. Also, wie gehe ich vor? Ich lese zuerst natürlich den Text, so 20, 30 Seiten, relativ gemächlich. Ich halte immer wieder mal kurz inne, überlege mir, das was ich bis jetzt gelesen habe, habe ich das alles verstanden? Das heisst, ich baue immer kurze Wiederholungen ein. Und wenn ich jetzt 20, 30 Seiten gelesen habe, dann mache ich etwas Besonderes. Ich klappe das Buch nämlich zu und ich mache einen Spaziergang in der wunderschönen Friburger Altstadt. Ich blende dir ein paar Bilder dazu ein. Und während dieses Spaziergangs versuche ich, mich an möglichst viele Details dessen, was ich gelesen habe, zu erinnern. Wenn du das selber machst, dann wirst du vielleicht erstaunt sein, dass du am Anfang zwar denkst, mir fällt gar nichts ein, aber wenn du dich dann an einige Dinge erinnerst, dann ist es ein bisschen, als würdest du an eine Schnur ziehen, wo immer noch mehr, noch mehr, noch mehr Schnur nachkommt. Das heisst, du wirst dich an immer mehr Details erinnern können. Und was die Forschung jetzt zeigt, und das ist sehr, sehr interessant, wenn wir uns etwas dauerhaft merken möchten, dann sollten wir beim Wiederholen nicht immer wieder uns das einprägen, sondern das, was wirklich effektiv ist und viel bringt, ist das Abrufen dessen, was wir gelernt haben. Also wenn wir versuchen, uns an etwas zu erinnern. Das zeigen zum Beispiel Studien zum sogenannten Testing-Effekt. Dort hat man zum Beispiel Studierende Schüler in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hatte die Möglichkeit, zweimal einen Text zu lesen, zum Beispiel am Montag, eine Woche darauf, wieder am Montag, einen Text zweimal lesen, ein paar Wochen später war die Prüfung. Und diese Schülerinnen, Studierenden haben sehr viel schlechter abgeschnitten, als die Gruppe, die den Text nur einmal lesen durfte und die Woche darauf abgefragt wurde. Also, da wurden Fragen gestellt. Sie mussten sich durch diese Fragen versuchen, an den Text zu erinnern. Und in der Prüfung, ein paar Wochen später, haben die dann deutlich besser abgeschnitten. In einer Studie, die mir im Kopf geblieben ist, war es sogar so, dass das Einmalige sich aktiv an den Stoffe erinnern wirksamer war, als viermaliges Durchlesen eines Textes. Also, tu dir einen Gefallen, oder? Klebe nicht immer am Buch, lies nicht stupide immer wieder das Gleiche durch, sondern versuch, wirklich Abstand zu gewinnen und dich zu fragen, was habe ich eigentlich gelesen? Was mache ich noch? Während ich mich versuche zu erinnern, mache ich das natürlich nicht stupide. Also, das heisst, ich versuche schon, mir möglichst viele Details hervorzuholen, aber ich mache mir dann auch innere Bilder dazu. Ich überlege mir, wie ich dieses Wissen anwenden könnte. Ich stelle mir beispielsweise vor, wie ich die Inhalte jemandem erkläre. Das heisst, ich versuche, den Inhalt mit Vorwissen zu verknüpfen, untereinander zu vernetzen. Ich mache das, was Psychologen als Elaborieren bezeichnen. Ich versuche, den Stoff, den ich gelernt habe, mit Bedeutung zu versehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges weiteres Lernprinzip, also nicht nur stupide abrufen und versuchen, den Text möglichst wortgetreu wiederzugeben, sondern wirklich zu verinnerlichen, indem du es in eigenen Worten wiedergibst, indem du es anreicherst mit Vorwissen, indem du Querverbindungen schaffst und es somit lebendig werden lässt. Ein dritter Punkt, der mir sehr gefällt an dieser Methode, ist, dass es mit Bewegung verknüpft wird. Es gibt mittlerweile ganz viele Studien, die zeigen, dass man besser lernen kann, wenn man dazu nicht einfach still sitzt, sondern in Bewegung ist. Bewegung fördert die Durchblutung, auch die Durchblutung des Gehirns. Das heisst, dein Gehirn wird besser mit Sauerstoff versorgt. Gerade auch, wenn du müde bist, ist das extrem hilfreich. Sobald du dich bewegst, wird die Müdigkeit ein Stück weit abfallen von dir und du wirst dich besser auf die Inhalte einlassen können. Du wirst mehr Energie haben, dich damit zu befassen. Und es ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, gerade vielleicht, falls du studierst und in Prüfungsphasen bist, dem Bewegungsmangel ein bisschen vorzubeugen und etwas für die körperliche Fitness zu tun und das auf eine gute Weise auch in Prüfungsphasen, wo du viel Stress hast, mit deiner Aufgabe, mit dem Lernen verknüpfen zu können. Ich hoffe, das hat dich angeregt, das mal auszuprobieren. Mach es einfach. Die meisten Menschen, denen ich das vorgeschlagen habe und die das auch wirklich ausprobiert haben, sind ziemlich begeistert, wie gut das funktioniert und auch, wie angenehm es ist, auf diese Art zu lernen. Gerade vielleicht, wenn draussen schönes Wetter und so ein bisschen sonnig ist und man nicht so gerne drinnen sitzt, um zu püffeln. Das war es auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und genau, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch kurz den Kanal, dann kriegst du weitere Videos von uns. Gute Woche, viel Erfolg.